Es geht darum, ich würde gerne ein paar private Fahrstunden anmelden und buchen. Wäre das möglich? Ja, sehr schön. Vielen Dank. Der Chef der Fahrschule hat ein paar Fahrlehrer für Frau Biedermann geschickt. Hier kommt der erste. Morgen. Guten Morgen. Fahrschule Rakowski. Freut mich. Hallo. Fahren wir beide? Jawohl. Gut, dann probieren wir es gleich. Sehr schön. Jörerschein haben wir schon, ja? Bitte? Jörerschein haben wir schon. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch alles mit dem Ralf abgeklärt. Aber, wissen Sie, ich würde gerne mit meinem Wagen fahren, weil wir fahren morgen in Urlaub. Und das wäre für mich viel praktischer, weil... Mit dem Cabriolet oder was? Genau. Ich habe aber keine Pedale, ne? Also, wie gesagt, mit dem Ralf ist alles abgeklärt und er hat gesagt, es wäre überhaupt kein Problem, weil sie hätten ja auch die Handbremse. Ja. Na ja, gut. So. Alles gut. Der tut mich da immer in Abenteuer schicken, mein Chef. Das ist eine wahre Bracht. Aber wir sind ganz nette. Der tut mich da auf Dinger reinreiten. Ja, dann kann es ja losgehen. So, erster Gang. Jetzt lassen wir uns mal schön Zeit, gell? Mal aufgeregt sind wir auch noch ein bisschen, gell? Ja, natürlich. Es soll eine Überraschung sein. Also, ich freue mich. Ja, hoffentlich geht es gut. Ich habe da kein gutes Gefühl, wenn wir da... Ach. Ich mache mir da keine Sorgen. Aber ich. Okay, kann es losgehen? Ja, fahren wir mal ganz langsam raus und drehen mal kräftig an der Lenkung. Nein, nicht so viel Gas. Nicht so viel Gas. Gas mal weg. Gas mal weg. Okay. Nein, 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 nein. Stopp, stopp. Nein, mit dem Auge fahre ich nicht. Tut mir furchtbar leid. Die Handbremse geht nicht. Oh. Oh, okay. Dann fahre ich jetzt mal wieder zurück. Einen Moment. Langsam, 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 langsam. Hören Sie mal auf. Hören Sie mal auf. Der Rückwärtsgang ist wo ganz anders. Okay. So. Steht dahinter ein Auto? Ja, VW Käfer. Kein Gas geben. Kupplung noch ein bisschen raus. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gut so. Kupplung drücken, Kupplung drücken, bremsen. Bremsen. Das war es schon. Sehen Sie? Ja, dann haben wir zerlegt dahinter. Und dann gehört das Auto dahinter. Nachbarn? Tja, da können Sie jetzt gleich mal. Wir können doch einfach wegfahren. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Der nächste bitte. Ja, wunderbar. So. Und nicht. Bip, 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 bip. Oh. Bip, 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 bip. Oh. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell wieder zurück. Nein, nein, nein. Nix machen. Nix machen. Oh mein Gott. Nix machen. Der ist aber schnell. Puh. Weiter geht's. Okay. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh Gott. Schwarmkraft. Bei der Bremse ist es so. Halt, halt, halt. Und noch einer. Viel zu viel Gas. Es ist zu viel Gas. Ich hab gesagt, es ist zu viel Gas. Um Gottes willen. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp. Um Gottes willen. Mädchen, du kannst das auch nicht machen. Die Handbremse geht ja gar nicht. Die Handbremse geht ja gar nicht an dem Auto. So, ich kann nichts machen. Was machen wir denn jetzt? Um Gottes willen. Um Gottes willen. Das kannst du nicht machen. Kennst du vielleicht diese Sendung? Willkommen in der Sendung. Verstehen Sie Spaß? Frau Leise. Frau Leise. Oh Gott. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020